Seit Montag läuft die Skin-Challenge für mein Spiel Spider-Doll. Ihr könnt Skins zeichnen, die dann vielleicht ins Spiel kommen. Und ihr habt schon einige ziemlich coole Skins gemacht. Zum Beispiel Kakashi hier. Oder dieser Skin. Es ist halt einfach eine Pizza, die Käse schießt. Einer meiner Favoriten ist ja der Flamingo. Aber die Shrek-Skin ist auch ganz cool. Also wenn du Lust hast, auch an den Wettbewerb mitzumachen, komm einfach in meinen Discord-Channel. Der Link dazu ist in meinem Profil.